Wie geht´s Ihnen heute? Haben Sie das nicht eben schon gefragt? Nein. Also? Was also? Wie geht´s Ihnen heute? Das haben Sie aber eben schon gefragt. Und? Wie ist Ihre Antwort? Worauf? Auf die Frage, wie es Ihnen heute geht. Haben Sie keine anderen Fragen auf Lager? Ist ja langsam langweilig. Jetzt habe ich mal eine Frage. Welche Farbe hat ein Kühlschrank von innen? Weiß. Und was trinkt eine Kuh? Milch. Eine Kuh trinkt Wasser. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Wo wollen Sie denn hin, Herr Rosenbach? Ich habe jetzt eine OP. Wir schauen zu kurz. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man alles vergisst? So wie Honig im Kopf. So. Verklebt. Herr Rosenbach. Wie viel macht 9 plus 3? Sie wissen nicht, was 9 plus 3 macht? Und Sie sind Arzt? Und Sie sind Arzt? Und Sie sind Arzt? Und Sie sind Arzt? Wir sehen uns erstmal. Und Sie sind Arzt?